ModaTV22 bei MySBootMyStory. Und wie wichtig ist es für den Nachwuchs hier irgendetwas bereitzustellen, damit sie trainieren können? Wolfgang, eine tolle Eisbahn und das hat es auch viele Junioren schon mit dabei. Ja, wenn man da sieht, also das sind lauter junge Fahrer, denen bieten wir, dass sie mit dem Gokkart fahren können oder der Verein hat sogar eine Motocross, wo jeder fahren kann. Also das ist total klasse. Der Nachwuchs ist ja auch der, der Manuel, der mitfährt. Manuel, du bist heute mit dem Gokkart am Weg gewesen? Ja. Und wie gefällt es dir auf der Eistrecke? Gut. Du bist schon öfter gefahren? Das zweite Mal heute. Und fährst du im Sommer auch? Ja. Dann wünschen wir dir alles Gute und noch viel Erfolg fürs heutige Training. Danke. Ja, Wolfgang, dein Nachwuchs, dein Sohn, der jetzt auch schon im Gokkart mit dabei ist, wie traditionell ist es ja bei euch in der Familie mit Motorsport? Ja, ich bin eigentlich der Neueinsteiger und er vollendet mein Werk. Aber er hat alles, glaube ich, im Griff. Macht es gut. Ja, die Familie Wolfgang Zobl hier heraußen in Weißenbach, in Außerferden, die was ein Transportunternehmen hier betreibt. Ja, solche Leute brauchen es, damit der Motorsport weitergeht. Und wir wünschen alles Gute, Wolfgang, und nächste Woche dann ein tolles Training. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.